Joah, hoi Matrosen! Willkommen zur nächsten Block-Party-Challenge Nummer 16, glaube ich. Mir egal, ob ich mich verzählt habe. Mir auch. Wir spielen wieder eine beschissene Super-Siquel-Setting, nämlich alles total unscharf. Er ist unscharf, ich bin unscharf, wir beide sind unscharf. Ja, ich bin immer scharf, okay. Unscharf. Nein, ich bin immer scharf. Nein, ich bin immer scharf. Sogar das kreis- und scharf. Komm, 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 wenn du dich zu Kurser guckst, sogar das ist unscharf. Warte, du bist für den Bart. Hehehe. Bart. Ah, okay, auf jeden Fall steht gerade seit 9 zu 5, den wir die letzten... keine Ahnung, wie viele Poster. Nicht eigentlich, dass er sich unbedingt anguckt. Ja. Ja. Oh, Mann. Ich glaube, es gibt, ich glaube, 24 Super-Secret-Einstellungen, soviel ich weiß. Okay, dann kann ich doch noch einholen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Okay, jetzt geht... Okay. Okay. Drau. Okay, dann weiß ich immer, wo es ist. Ah. Alter, wie viele Atmen noch in der Mitte sind? Ich habe relativ viele. Ich habe... Oh, ich habe auch nur 25. Hehehe. Loll. Was ist das für ein Lied? Ich bin draußen. Was? Nein. Kann gar nicht sein. Ah, ich bin tot. Nein. Loll, bist du tot? Ja. Ja. Ah, du bist echt tot. Ich wollte das gar nicht abkaufen. Die Serie läuft. Ja, jetzt pack ich auch. Egal. Das ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich 10... 10 zu 15. Ich hole auf. So kann es noch weitergehen. Ja. Bis nächstes Mal mal rein. Ciao, ciao.